Herzlich Willkommen bei Pudouts! Oh, da wolltest du schneller sein als ich, ne? Ne, egal. Wir spielen wieder Elliot Quest. Wir können einen geilen Doppelsprung, wir können ganz weit Pfeile schießen und wir machen gerade so ein bisschen Backtracking. In der letzten Folge sind wir ja schon mal bis hier gekommen und es gibt so blaue Truhen. Oh Gott, ah, stirbt alle! Es gibt so blaue Truhen, die können wir noch nicht öffnen. Das ist ja so ein bisschen... Ach, guck mal, guck mal. Das Ding ausrüsten. Wie hat man das nochmal gemacht? Das ist jetzt aber neu. Warum sind das mit dem Herzen? Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht Bedürfnisse schaffen, die man vorher gar nicht hatte. Das war knapp. Ich warte mal, bis er spuckt. 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 Warte mal. Stirb du, Elende! Heute nicht! Ich hab' den hier auch. Ich hab' den hier auch. Ich glaub' wenn man jetzt irgendwann das trainiert hat, dass der Pfeil ganz gerade fliegt, dann kann ich so einen geilen Scheiße nicht mehr machen. Guck mal, das ist eine komplett neue Gegend. Da war ich noch nicht. Das ist completely new to me. You for you. Ah, stirb! Bleh! Ey, komm! Wurzeln gehen! Ah, er kommt wieder! Er ist von den Toten auferstanden! Was sind denn das Wort? Ey, stirb! Stirb! Ah, Secret! Da! Ja, genau! Ja, genau! Ey, vor allem, wir haben jetzt schon so ein paar gesehen, die muss man sich erstmal alle merken. Die finde ich doch nie wieder, Leute! Nee! Ei! Nee! Springen wieder mit, wo du gesprungen bist! Oh! Pics Pics! Nee, jetzt spuckt da! Oh! Pics Pics! Und Critical! Geht's hier rein? Nee! Doppelsprung und nochmal hoch! Einsammeln und hoch! Mehr in so viel Plätze! Was denn mal los? Oh, geht's da jetzt links? Nee, ich geh erst mal nach rechts! Ja! Puh Puh! Ah, aber da geht's... Hm! Na, ich... Komme ich hier wieder hoch? Nee, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich geh dann doch erstmal hier links. Puh! Woah! Oh! Was ist das? Ein Hyperpilz. Keine Ahnung. Ein Hyperpilz? Wo wird denn der angezeigt? Du kannst nur nach rechts gehen. Ah, hier nicht. Too strange items do they hold! What yellow mushroom! Ja, zumindest ist er da aufgeführt. Was er dann macht, das weiß man nicht. Fähig. Brauchst du dich für irgendeine Quest? Ah, jetzt ist das Ding wieder da. Pupp! Oh, das ist richtig... Richtig verrückt! Nyung! Nyung! Oh, hast du gerade den Doppler-Effekt gemacht? Ja! Stirb, 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 stirb! Und wir auf einer Stelle... Oh, ein Herz! Also ein Herz ist das schon ganz gut. Das können wir gebrauchen. Fried, Feuer schnell! Hab ihn! Und den auch! Aber mit diesem Chain können wir aber immer noch nichts machen, ne? Wow! Wow! Wo sind wir jetzt? Das ist so ein Magier-Erhöher-Dings, ne? Ja! Mehr Mana für uns! Ah, und jetzt sind wir da, wo der reguläre Weg wäre, sozusagen. Okay. Wüsste ich jetzt nicht mehr. Wir wären von hier unten jetzt hochgekommen. Wäre ich da nicht links lang. Achso. Du wärst von unten her hochgekommen. Genau. Von unten her hochgekommen. Ist da ein Gang? Ne? Oh, woAganzig ne나� ihr? Manchmal ist mir so als sei da was. Hauch! Wo geht's hier dann? Ehe, ich versuch's mal nach rechts. Aha. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Ah, hier ist so ein Gedöns ist hier. Und dann muss irgendwas Geheimnis sein. Ja, ein Trüchen, ganz viel Kohle. Das ist Abwechslung mal eine, die man aufmachen kann. Ja. Ich frag mich aber, was in diesen coolen Truhen drin sein soll. Einfach nur gelb wäre ja zu lapidar. Vielleicht besagte Kristalle. Ja, stimmt. Diese blauen, ne? Ja. Mal gucken, wofür man die später überhaupt alle so braucht. Oh, ein Ultra. Jetzt hab ich erwischt. Jetzt hab ich erwischt. Nein, jetzt hat er mich, hab ich gesagt. Ach so. Ich hab nur so schnell geredet. Geritten. Oh, er dir hat aber Hackengas gegeben. Die wollte dich. Ich hatte gerade kurze Angst, dass es runterfällt. Oh, die hast du schon aufgemacht. Na, hier war ich ja schon. Ach ja, oben rechts dieses Graue, das war, wo der Wind war und wir nicht weiterkamen, ne? So. Oh, fühl ich tot. Also auf jeden Fall, wir müssen irgendwann nochmal in diesen Wald zurück. So viel sei ich schon mal gesagt. Da oben ist eine blaue Truhe. Die müssen wir uns auch merken. Und dann können wir wahrscheinlich später irgendwas mit diesen Blobs hier machen. Ah. Blopse. Dies sammle ich mir nochmal. Ah, Piks. Und weggebloppt. Einen Speicherpunkt. Hey. Den nehme ich doch dankend an. Ja. Ab zum Ausgang. Na, da, äh, der nicht. Ich geh mal nach links. Ah. Gang sag ich. Okay. Ja, äh. Hm. Wo jetzt? Was war nochmal in diesem Haus? Ich hab's vergessen. Ich hab... Ach so, das war... Da kamen wir ja nicht an, weil wir den Stein dann nicht kaputt kriegen. Ja. Ach, die Vögel. So fies sind Vögel. Und hier, äh... Sind die, die leuchten in den Sollen. Ja. Da haben wir jetzt zwei aktiv, ne? Mhm. Das heißt, hier können wir... Die Tür öffnen. Ja. Wir brauchen wieder irgendeinen Dungeon. In der Stadt waren wir, glaube ich, auch. Waren wir hier oben schonmal an dieser Mauer? Oh, ich glaub nicht. Ne, das ist New To Us. Okay, da oben ist ein halbes Hühnchen. Herz. Da kommen wir noch nicht hin. Na, ich glaub, das war's dann auch schon. Naja, kommst du nicht hoch. Ja. Also hier müssen wir hin, wenn wir irgendeine Fähigkeit gelernt haben, um höher oder weiter zu springen. Aber dann wissen wir das schonmal. Oh, da oben ist ein Fuchs. Da kommt man gar nicht lang. Man muss da irgendwie... Das ist wahrscheinlich durch diesen anderen Weg. In der Stadt haben wir auch nichts mehr, ne? Äh... Ich glaub nicht, ne? Hm. Ich weiß auch nicht. Hm. Was ist denn es? There are things I've done that I can't even admit in the dark. Was auch immer. Äh. Äh. Hier durch. Was ist denn um es denn? Hm. Aber wenn er jetzt irgendwas sagt, dann sind wir wahrscheinlich richtig, oder? Ach ja. Genau. Wir konnten ja jetzt das Licht anmachen. Zip. 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 Gab's hier ne Karte? Ja. Die ist auch nicht wirklich groß. Zip. 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 Eis kaputt machen. Ey. Dich auch. Vielleicht muss man auch alle Leuchten anschalten und dann passiert irgendwas. Was? Meinst du? Wer weiß? Bleh. Wär schon ganz fröhlich bei ihm so schlecht ist. Unkoordiniert ich einfach die Pfeile gerade geschossen hab. Hab's auch einfach draufschießen. Ja. Oh. Fieser Fettzack. Fieser. Oh, bist du garst nicht. Jupp. No, ich glaub's nicht. Stellt sich ganz schön. Das bleibt glaub ich nur für eine begrenzte Zeit hell, ne? Weil es ist ja grad wieder dunkler geworden. Ist es? Ich glaube ja. Ja! Eui, 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 ich muss mich heilen. Puh, du wärst dein ganzes Leben da. Das konnte ich doch ja nicht erwarten, dass da jetzt die Toten aus den Gräbern... Oh, hier wär ein Herz gewesen. Ich raste aus. Haa. Haa. Uaah. Die miesen schmecken. Ich geh mal nach rechts. Plopp. Gesehen? Gerade ist es dunkler geworden. Ja, jetzt hab ich's gesehen. Oh, überall Herzen. Ich hätte mir das echt sparen können. Jep. Oh, da hab ich's gesehen. Der schöne Heiltrank. So einen schönen krieg ich nie wieder. Ne. Ein Safepoint. Und weiter bin ich hier nie gegangen. Scheiße. Ach doch, hier war... Ah. Der Bombenboss, ne? Diese Bombenboss. Kann ich die jetzt einsammeln? Können die dann mir? Ja. Ah, sehr schön. Aber guck, das ist gar nicht mehr auf der Map verzeichnet. Sozusagen. Mhm. Deswegen hat mich das so irritativisiert. Äh, was auch immer du sagst. Speichern. Und ein Killer Block. Und... Ne, der Maus. Blup, blup. Die bringen aber wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung, ne? Wo sehe ich das nochmal? Oh Gott, guck mal, wie viel XP noch fehlt. Die kann ich mir eigentlich alle klemmen hier. Die Popelgegner. Wir reden darüber nicht. Neee, dieба sondern einfach nicht fortlaue. Vielleicht mach ich da keiner rein Podcast auf. Sö, ich meinst du mal nicht im Schub crochet oder. Mö Das so verrückte roten Augen. Stirb, komm! Oh, jetzt? Schon wieder? Whoo, nein! Da warst du zwar schon... Na. Ah, das ist schavierig, ne? Ich mach mal nochmal Licht an. Es hält aber wirklich nicht lange. Auf jeden Fall muss mit dem gelben Pilz irgendwas gehen. Ah, guck mal, hier waren wir links, aber rechts nicht. Vielleicht... Wenn ich mir nur merken könnte, was ich immer mache. In den vorherigen Folgen. Ja, warst du doch schon. Oh, nur eine Kack-Truhe. Ja, völlig umsonst gewesen. Super. Umsonst dein Leben aufs Spiel gesetzt. Stör! Schnecke. Gassige Schnecke. Ey. Aus dem Weg. Jetzt komm raus aus deinem Haus, so Sau. Ne, aber hier, da geht es ja so komisch lang, ne? Piu, piu, piu. Das bringt einem hier alles nichts. Piu, piu, piu. Oh, man kann die doch runterschießen. Die Plopse? Ja. Ja. Insofern man natürlich rankommt. Oh, wie er in der Sprung ist. So ein Aas. Ha. Ja, andere Möglichkeiten gab es hier jetzt nicht. Ne. Und dann ist man wieder hier. Ja, wir haben am Anfang quasi. Ha. Einmal speichern. Alles weggepudelt. Gepudelt. 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 Ist das eine Idee? Ne. Ne. Leider nein. Ich geh mal in der Stadt. Ich hab ja jetzt einen gelben Pilz. Irgendwer hat doch bestimmt was wichtig. Äh? Na, rein, raus, rein, raus. Nein, wir haben die olle blöde weiße Katze nicht gesehen. Linky, stinky. Oh, mein Gott. Ha. Nein. Ich habe Linky nicht gesehen. Du musstest sie nochmal anquatschen, ja? Ja, das ist... Ich muss immer Pfeile schießen. Irgendwann gehen die nochmal aus. Die hat nichts zu sagen. Na, aber es kaufen können wir auf jeden Fall. Ja, heil, Dings. Ja. Ein In. Zum Heilen. Ein In. Achso, man konnte hier nicht klettern. Äh, du musstest da hoch. Ja, genau. Sprübeln mit deinem Flügel. Schande auf Kara. Ich frage mich, was mit ihr passiert ist. Sie glaubt, Rasa ist ein Lügner. Wir essen nichts. No. Hä? Oh, äh. Die Toilette. Ist versperrt. Bist du weit gekommen? Ein Goblin hat seine Bombentasche gestohlen. Er fragt uns, ob wir die zurückbringen wollen. Natürlich nicht. Ja. So nett sind wir nur auch wieder nicht. Das ist der, äh, Bombenmensch. Aber wir sind mit Bomben eigentlich ganz gut versorgt, bin ich der Meinung. Hm. Wo ist mein Sack? Säufer. Da oben. Bombenmensch. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Also man muss wahrscheinlich, vielleicht lernt man einen dreifachen Sprung. Wörr. Das wäre wohl so cool. Super. Oh. Na, das hätte ja klappen können. Da konnten wir nicht mehr in den Hof landen. Das wäre schon cool gewesen. Hm. Ha. Stirb, Kind. Oh, nein. Nein. Äh. Ach so, ja. Dann gebe ich ihm die. Jetzt kann er später spielen. Oh, jetzt können wir aber noch acht Bomben statt zwölf tragen. Ich glaube es nicht. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder, was sagt er dann? Wenn mich irgendjemand fragt, ich war bei dir, ja. Komischer Typ. Moses. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, ihm die Bombentasche zu geben. Ja, wie, wenn nicht? Ja. Dann reg ich mich auf. Ah. Ja, das ist, glaube ich, auch nur Lore. Deko. Nein. Weil ich immer schießen muss. Auf den Fallen. Hier waren, glaube ich, die Ratten, ne? Ja, hier war... Da war irgendwie nichts. Ne, da war nichts. Ha. Nein, auf mit mir zu reden. Quatsch, Minian. Ah, an die Mülle gehe ich nochmal. Und mit dem Kind rieche ich nochmal. Ey, ich fühle... Der gibt dir die Bomben nicht mehr zurück. Was für eine Verschwendung. Das ist echt mies. Ja, genau. Hier kam man nicht weiter wegen den Dingern. Kleine süßen Ratten. Dann gehen wir nochmal hier lang. Oh, das sieht schon so eklig düster aus. Hm. Ja, okay. Da kannst du schon mal runterfelsen. Ich geh mal nach rechts. Was passiert dann? Der ist mal raus. Dann geh ich hier hoch. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwas sein, wo man nicht weiterkommt. Oh, das sind diese Starken, glaube ich. Piesen. Ah, guck mal. Hier geht's scheinbar weiter. Also weiter, als wir letztes Mal waren. Oh, ihr seid die pissigsten. Na, naja. Einfach mal ranziehen. Das sieht da irgendwie aus wie ein Schalter. Das ist da unten, ne? Ja. Ich darf hier nicht immer nur... Einmal treffen. Oder keinmal. Ja, keinmal treffen ist besonders toll. Und das löst jetzt das Ding aus. Jo. Ah, nee. Erstmal da unten, ne? Wenn du jetzt zurückkommst. Ich meine, jetzt... Ach so, ja. Das ist auch die Frage, ne? Egal. Licht. Ging das mit den normalen Bomben? Nee, ne? Ich mach's mal trotzdem. Ich denke nicht. Doch. Doch. Alles einsammeln. Und den Zauber wieder berüsten. Ach, guck mal. Da ist mehr Mana. Ich wollte jetzt sagen, das ist kaputt. Ach. Spärlich. Weil man beim ersten Mal so abgeprallt ist. Ja, es sah so aus, nah, als würde es nicht klappen. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo es weitergeht, Leute. Genau. Äh, hier nämlich nicht. Ne, ne? Hier gar nicht. Hier gesehen. Also absolut nicht. Da muss irgendwas passieren vorher. Ja. Aber wir haben ja noch den anderen Weg offen. Ich hoffe, dass das Schneckenhäuschen da noch liegt. Aber muss ja, sonst würde ich ja hier gar nicht mehr rauskommen. Ach so. Ah, okay. Man kann hier durchspringen. Oh. Völlig umsonst irgendwie Gedanken gemacht. Na. Oh, guck. Oi. Der ist blau. Der ist neu, glaube ich. Ja, dann kommen jetzt zwei gelbe und dann vier orange. Oh, die rechte du doch hast. Orange. Was sage ich denn? Pinke. Mensch. Ist doch fast orange. Ich erkenne da keinen Unterschied. Ah, ne Bombe. Toll. Sind die acht Bomben fast verbraucht? Naja. Wir hätten zwölf haben können. Ob du dir dein euren Bomben-Ding zurückgegeben hast. Oder sie du was? Irgendeine Stachelkugel? Ich frage mich, ob ich ihn... Ne. Okay. Ha. Oh. Pissig. Schösser, das muss nur einen. Ja, ich muss mich heilen. Ich sag dir, jetzt findest du ja irgendwie sechs Herzen. An einer Stelle. Ich gucke mich nochmal unten um. Hier muss ja das auch lang gehen. Hier ist natürlich eine Schnecke. Mein Herz, mein Herz. So, die Schnecke nochmal nach rechts hauen. Kannst du es anzügen? Äh, ich glaube mit dem Feuerzauber, oder? Oh. Du, kruges Mensch. Ja. Komm ich von hier? Das wird nicht passen. Ne. Aber da habe ich wenigstens das Feuer angemacht. Das ist ja auch ganz praktisch. Es burned. Es burned. Burn, burn, burn. Boah. Ach, ich wollte gerade sagen, dass sie bitte nicht treffen. Sie niesen, fiesen, Feuerschnecken. Ist das Feuer, was die da schießen? Ich denke. Ich bin mir da voll unschlüssig gewesen. Arr. Arr. Aus dem Weg, du Schnecke. Nee, da nicht lang. Ja, das war das quasi. Wo du nicht hochkommst. Ja. Oh Gott. Ich gehe nach links. Oh mein Gott, ich habe das schon. Was ist jetzt getroffen? Oh, da sind Dingsbomben. Ey, hat mich das jetzt getötet? Ja. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ja, am Anfang. Wo es reingeht in die Höhle. Ey, ich bin untröstlich. Oh, so eine Scheiße. Jetzt das Licht hier natürlich auch aus. Aber ich glaube, den Rest behält dann. Ich habe jetzt nur ein bisschen Erfahrung verloren. Puff. Die hätten auch zwischendurch nochmal so einen Safe-Slot machen können. Die Katze randaliert schon wieder. Wow. Was hat der denn gerade gemacht? Sag doch. Aber dieser verrückte Blob mit seinen Rumgehüpfen. Ich muss auf jeden Fall mal ein Level steigen hier. Ja, unbedingt. Die auszuhalten. So. Ich finde diese Viecher echt ultra scheiße. Ja, die Schnecken-Nirven. Ja. Die brauchen auf jeden Fall genau drei Schuss. Puff. 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 Miau, Katze. Das wäre knapp. Ah, guck. So hätte ich das oben einfach ranziehen können. Na, jetzt stimmt doch mal du. Ich hier stehe. Alles Krustentier. Aha, guck. Willst du trotzdem schauen? Naja, ich erwische ihn, wenn er spuckt und dann... Puff. Und ja, rüber mit ihm. Dass sie auch genau nacheinander schießen müssen, ey. So. Dafür hat man ja Mana. Und wenn er jetzt noch mal rauskommt, dann ist er tot. Ah. Weg, weg, weg. Und alles nur wegen so einer Popeltruhe für ein bisschen Geld, ne? Es ist... Es ist wirklich nicht schön, Leute. Nicht schön. Hoch hier. Leckerei. Oh, ein Herz. Das habe ich gebraucht. Ja. Unnötiges Licht nochmal anmachen. Und hoch. Unnötig kompliziert. Das könnte langsam mal wie ein Schwächepunkt kommen. Ja, bin ich auch der Meinung. Es ist ganz schön dunkel jetzt. Ah, nee. So ein verrückter Blob. So ein evil Blob, ja. Ja, du kannst sterben. Nein. Oh. Auf der Leiter bist du wieder zurück. Dieser Blob. Der macht mich fertig. Jetzt sind die einfach hoch und dann... Ich habe mich auch gut auf Zauber geskillt. Wie ist das denn jetzt? So, das... Na, geht da jetzt rüber? Ah, ich mache das mal. Ah, ich habe Angst. Es geht auch so langsam voran. Ah, ist nur eine Truhe. Und ein Licht. Ah, das Licht ist mir, glaube ich... Ist für Gold. Obwohl, ich könnte... Ja, so mache ich das. Ich warte und dann lasse ich mich so perfekt fallen mit dem Licht. Oha. Hatt' ich ein bisschen Angst. Jetzt doch... Ab in die Brühe. Na, komm. Rüber, 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 rüber. Ja. Hm. Aber das machen wir so. Ist auch immer doof, wenn die so an der Kante sitzen. Ja. Oh, zweimal gleich. Jetzt bist du einmal. Perfekt. Ah, nee, das mache ich gleich. Erstmal nach links. Da ist ein Terrorblock. Ja. Oh, wie so richtig. Ist der gerade gesprungen? Oh, guck mal. Der kann das immer. Ja, jetzt steht die Laune. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Hör doch mal auf. Nicht, bevor du tot bist. Oh nein, das Herz. Ah. Ich hab's. Und noch eins. Die wollen das echt wissen, ne? Ah, okay. Hier komme ich erstmal nicht lang. Also wahrscheinlich alle Gegner töten. Irgendwas auf jeden Fall. Muss ich machen. Vielleicht auch die beiden Lampen anmachen. Oh, ich will sie noch mehr. Na, ich meine diese großen. Die hier. Ja, da meinte ich ja, da sind noch mehr. Weil da ja noch eine ist. Komm, komm, komm. Aufliegen ist das nicht auf Zeit. Ah. Tschuh. Jetzt würde wahrscheinlich die andere Schiebetür aufgehen. Ja. Ja. Dann gehe ich mal da links. Und wieder den Zauber ausrüsten. Ja, ja, ja. Ganz schön dungeonig. Ja. Und... Durch, 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 durch. Nicht. Viel Sinn ist... Ach, wie ein verrückter Blobs. Oh Gott. Blobsi, Blobsi. Ah. Jetzt habe ich ihn. In der Falle. Ich habe den Pfeil einfach nicht ankam. Wollen wir später noch mehr kommen, dass es sich noch mehr teilt? Also, ich hoffe nicht, ne? Das ist ganz schön, dass, äh, Schneeweiß ist in mir. Ah. Level up! Ich glaube, da werde ich nicht rüber müssen, ne? Ne. Ja, es ist eh bloß die Blober Truhe. Ja. Set Skills. Was können wir machen? Agi brauchen wir nicht mehr. Chance to evade Projektils. Weniger Schaden. Health Regeneration. Ja, vielleicht gehen wir mal auf Stärke. Oh! Oh, nein. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst gewesen. Oh, das ist ein Speicherding, ne? Oh, ja. Erstmal Speichern. Oh, fuck. Warum, warum habe ich das gemacht? Das, äh, weiß ich nicht. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Keine Ahnung. Oben links. Also, Leute, äh, dann würde ich sagen, wir haben ja einiges geschafft. Wir waren zwar orientierungslos am Anfang, aber jetzt haben wir wieder ein klares Ziel vor Augen und wie dieses aussieht, erwart ihr in der nächsten Folge. Also, wir freuen uns über Likes, Kommentare, ähm, und Abo-Nin. Abo. Numons. Tschüss. Tschüss. Tschüss.